Wir wollen aber noch zu einem zweiten, mindestens so schön hergestellten und gemachten und wie Sie sicher finden, werden auch wahnsinnig gescheiten, brillanten Buchstellen des uns vor Dennis Schäck. Woher wissen Sie das? Ich habe so Ahnung. Wir sehen uns ja heute nicht zum ersten Mal. Who knows what evil works in men? Ja, ich weiß ja nicht. Also, das ist Jimmy Corrigan, der glückste Junge der Welt. Chris Ware hat dieses Comic vor über zehn Jahren gezeichnet. Es ist modisch geworden, modern geworden, da von einer Graphic Novel zu reden. Von diesem Begriff bin ich nicht so begeistert, weil ein Buch, langer Comic, ist und bleibt ein Comic. Es gibt Menschen, die haben damit Schwierigkeiten, weil sie diese Textbildschere nicht überwinden können. Ich bin mit Comics sozialisiert. Wie steht es eigentlich mit Ihnen aus? Haben Sie Mickey Mouse und Asterix gelesen? Asterix natürlich. Ich muss sagen, ich hatte es eher so mit den Franzosen-Belgiern, also amerikanischer Comic nicht unbedingt. Und ich habe aber auch festgestellt, weil das Buch hat ein sehr lustiges, auf dem Buchrücken gibt es nämlich eine, auf dem Einband hier gibt es eine Gebrauchsanweisung. Zwei oder drei, ja. Und es gibt hier einen sehr lustigen, so klein geschriebenen, dass ich irgendwie meine Kontaktlinsen nicht reichen, Test, der sozusagen prüft, ob man überhaupt tauglich ist, dass man mit diesem Buch was anfangen kann. Und da steht der Satz, legen Sie das Buch vor sich hin, lesen Sie jede Frage genau, beantworten Sie dann so gut Sie können. Auf los geht's los, los. Erstens sind Sie a. männlich, b. weiblich. Trifft b. zu, also weiblich, dürfen Sie hier aufhören. Bestärkt das meinen Verdacht, dass Comics vielleicht doch eher sowas für verschreckte Nerds mit einem komplexen Vaterverhältnis sind? Und Herr Korpi, ich frage Sie mal, waren Sie ein großer Comicleser? Nein, ich durfte nicht. Ich musste ja schießen lernen in meiner Freizeit und Comics hat meine Mutter immer streng verboten. Okay. Also dann hatten Sie eine wirklich unglückliche Kindheit. Weil von Picasso stammt ja der beherzigungswerte Satz, das Einzige, sagte er gegen Ende seines Lebens, was er bedauert, ist, dass er nie im Leben Comics gemalt hat oder gezeichnet hat. Chris Wehr hat diesen dramatischen Fehler nicht begangen. Und deshalb haben wir eine Familiengeschichte aus seiner Feder, die eigentlich, wir sind heute bei entliehenen Titeln, die eigentlich den Titel tragen müsste, 100 Jahre Einsamkeit. Das sind drei Generationen einer Familie, die in Chicago und in Michigan lebt. Und das sind die ärmsten Hunde der Welt. Das sind im Grunde soziale Autisten, die durch, ja, nach innen gerichtete Gewalt, wahrscheinlich ihr Herr Tiberius, vielleicht, so kann man die sich vorstellen, Nerds, kontaktarm aufwachsen, nicht in der Lage sind, sich in Familien auszuleben oder zu integrieren, sondern eben in der amerikanischen Moderne nur als Drohnen, als Arbeiterwespen vor sich hin vegetieren. Und nun gibt es in der dritten Generation, so fängt die Geschichte an, erhält der vaterlos aufgewachsene Jimmy Corrigan einen Brief seines Vaters, wo der ihn einlädt, zu einem sehr späten Kennenlernen. Unser Held ist 36 Jahre alt und die einzige soziale Beziehung, der ist so Bürobote, die er unterhält in Chicago, ist, dass er täglich mit seiner Mutter telefoniert. Und die ihn anruft im Wesentlichen, wie das so ist. Von da an geht es aber los und wir tauchen ein in eine fantastische Welt. Das ist eben nur das, was ganz große Kunst uns nahe bringen kann. Wie sieht es im Gehirn eines solchen Menschen aus? Ist das wirklich so ein armer, so ein fantasieloser Tropf? Nein, der hat ein ganz reiches Innenleben, er ist nur nicht in der Lage, die Festung seiner Einsamkeit zu sprengen. Sagen wir so, das ist ein Text für armoncierte Leser und es gibt natürlich das Missverständnis, dass der Comic irgendetwas für Kinder sein sollte. Um Gottes Willen, dies ist ein Werk, das nehmen wir aus den schmutzigen Pranken unserer lieben Kleinen und das lesen wir selber. Und zwar mit eingeschaltetem Verstand, weil es handelt sich hierbei um große Kunst und nicht um so einen armen kleiner Bilderwitz-Tropf. Ja, nicht diese Bilderheftchen eben, die ich nämlich eigentlich auch nicht lesen durfte, weil eben so das richtige Bildungsbürgertum. Aber der zeigt, wie, also wenn Sie allein diese Seitenarchitektur von diesem... Was auch ganz toll ist, aber dass dieses Buch keine Seitenzahlen hat, was die Orientierung ungemein erleichtert. Es hat ungefähr 400 Seiten, aber keine Zahlen. Das ist eine künstlerische Absicht, die sich dahinter verbirgt. Fürchte, ja. Aber es gibt 1893 in Chicago eine Weltausstellung. Der Urgroßvater unseres Helden baut die mit. Das ist im Grunde mit das Elend. Es gibt eine wahnsinnig tolle Schneemetaphorik in diesem Roman. Gleichzeitig ist es nämlich ein Roman über die Rassentrennung und das Zusammenleben der Rassen, wie es eigentlich sonst nur John Updike geschrieben hat. John Updike, von dem der berühmte Satz steht, die einzige Lösung der Rassenfrage ist die Heirat zwischen den Rassen. Und so ähnlich ist es auch, der Jimmy Corrigan stellt dann fest, dass er eine schwarze Stiefschwester hat. Das ist ein wunderbar, sehr diskret gehandeltes Motiv. Und diese Dingsymbolik gibt es in diesem Comic-Roman noch und nöcher. Da denken Sie allein an die ganzen Pferde-Verhältnisse. Also das ist etwas, was man sich auf den Nachttisch legen muss, wenn man mit dieser neunten Muse mal Bekannschaft schließen möchte und wissen möchte, was hat sich eigentlich seit Karl Barks und seinem unsterblichen Onkel Dagobert und Tick, Trick und Drack, die immer so schön Schiller im Schnabel hatten, wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern, uns waschen, weder in Not noch in Gefahr. Was hat sich seit Karl Barks denn im Medium Comic getan? Dann ist man hier an der richtigen Adresse. Vielleicht ist das ja auch ein Tipp für die bildungsbürgerlichen Eltern, die uns jetzt zuschauen. Also die Kinder sollen erst die Hände waschen und dann legen sie ihnen dieses Buch auf den Gabentisch und die wollen wahrscheinlich nie wieder Comic lesen. Kinder, 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 das ist ein Missverständnis. Das ist kein Comic, das sich an Kinder wendet. Aber Einsamkeit, an der Tür klopfen und es ist plötzlich ein Roboter da, ich bitte Sie. Also ich würde die These wagen, dass Kinder viel weniger Probleme damit haben, dass die das viel einfacher lesen. Ja, die These unterschreibe ich, dass die weniger Probleme damit haben. Sie würden sagen, Sie den Reichtum. Also die kämen wahrscheinlich nicht auf die Idee, dass es John Updike in Bildersprache ist. Das kann allerdings, wobei es kommt auf die Kinder an. Noch einmal, es handelt sich hier um große Literatur, um Weltliteratur, um kein Kinderbuch. Auch wenn es Bilder enttrennt. Gut, halten wir fest, es ist ja auch schon spät in der Nacht. Es ist kein Kinderbuch, sondern Weltliteratur. Jimmy Corrigan, der schlauste, nein der klügste Junge der Welt von Chris Ware. Meine beiden schlauen Herren, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die schönen Gespräche. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Danke.